Der Interdisziplinäre Wundkongress in Köln zählt seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu den beliebtesten Kongressen seiner Art in Deutschland. Der Kongress legt sehr viel Wert auf seine Interdisziplinarität, da das Thema Wunde nicht nur aus der pflegerischen und medizinischen, sondern auch aus ökonomischer und vor allem aus der rechtlichen Perspektive beleuchtet wird. So halten Experten aus den verschiedensten Disziplinen unter anderem Vorträge über chronische Wunden, das diabetische Fußsyndrom und Kompressionstherapien. Doch auch weniger häufig diskutierte Themen wie zum Beispiel die Wunddesinfektion, die Telemedizin, der Biofilm oder das Haftungsrecht finden hier ihren Stellenwert und bieten viel Platz für Diskussionen. Dabei ist es den einzelnen Referenten wichtig, die verschiedenen Facetten und Ansichten der Themen darzustellen und vor allem Lösungsansätze für die Praxis hervorzubringen. Jährlich im November zur Adventszeit lockt der IWC damit über 1000 Wundversorger und Experten und Akteure aus Medizin und Pflege an. Für die Teilnehmer bietet die Tagesveranstaltung eine hervorragende Gelegenheit, sich auf dem Gebiet der Wundversorgung vorzubilden und noch vor Jahresende wichtige Fortbildungspunkte zu sammeln. Veranstaltet wird der IWC in den Kölner Satori-Sälen, wo auf zwei Ebenen verteilt auch eine Industrieausstellung stattfindet, in der über 60 Aussteller aus dem Bereich der Wundversorgung ihre Präsenz zeigen. Zusätzlich bieten die Kooperationspartner der Veranstaltungen in ihren Workshops und Begleitveranstaltungen, den sogenannten Satellitensymposien, weitere spannende Informationen und Berichten über die neuesten Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Sind Sie neugierig geworden und möchten sich persönlich ein Bild von dem interdisziplinären Wundkongress verschaffen? Dann informieren Sie sich gerne vorab auf der Kongress-Homepage www.wundkongress.de und schauen beim nächsten IWC einfach persönlich vorbei.